Die Papiere bitte und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Vorlandschneider. Now remember, your contacts name is Fisher. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Ich bin bereit für den Überfall heute Nacht. Wir hätten in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Verschwinden Sie! Das geht sie nix an! Das ist es, ich fülle. Mais, mais, qu'est-ce que... Restez cachet. La Résistance sera bientôt là. Vos camarades sont ton chemin. Vive la Résistance. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous ? Courage, vous n'êtes pas seul. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous ? Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. We must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now and I'll meet you in the war room. Go now and I'll meet you in the war room. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir nach sich. Vielen Dank. Ich danke Ihnen noch nicht, Fräulein Schneider. Und jetzt, wenn Sie mich überlegen, vielleicht können wir in Englisch sprechen, denn Sie wissen, ich bin sicher, practice macht es perfekt. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Auf Wiedersehen. So, Herr Gruber Send you to arrange for my departure. I am flattered. Herr Gruber Herr Gruber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? And I thought it was Herr Spiegel that sent you. Oh, well. The only constant is change. All we can do is adapt. You look so serious. Let us drink. To my return to the Fatherland. The French deserve each other. But, my God, I will miss the cuisine. Take the Ortolan. To that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring this sweet flesh Or watching it thrash to death. Hm? But, there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot Gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! This is for my comrades. This is for my son. This is for me. This is for my son. I am so busy. This is for my son. This is for my son. A family. My son is safe. This is for my son. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch ein Lächerling. Nicht. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der Stand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein! Ihre Tasche! Sofort! Gah! Du hast es nicht verraten. Wir haben uns verraten. Der ganze Blut ist auf alert. Sie haben uns verraten. Sie haben uns verraten. Ja, ich habe die Explosiven. Wir bleiben auf mission. Wir werden in der Korte nach dem Platz verraten. I have to be quiet. I have to be quiet. Just one more. I have to be quiet. 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 Jerry's still inside. We have to take him out. Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Area clear. Daniel, Susman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Down! Get down now! Room clear Got to set up the fences Germans will be here soon We'll see them coming from here If they get close, use the Molotovs The whole city is fighting back We're almost there They're throwing smoke down the street Here they come Daniels, aim for the driver Everyone else, wait till they're in range MG's open fire Keep them off that bridge Take out that same grower And you build it across the center They're getting too close Enemies in front, use your Molotovs Half-jacks coming across that bar bridge Half-jacks coming across that bar bridge Take out that half-jacks through Toss it out with a grenade Dangle! They're making a push You fall, not cocky And your slacks! There's all sorts of anything To be found in the DEAD Oh,千, I'm not sure You're getting a bit lost We'll just get past your rudeness Just vier And what? It can be typical You're getting better You don't get them But they're gonna get them We gotta get out of here! Come on, Daniel! Incoming, half-tracker! Daniel, grab his hands, retracted! Take out the half-track! Tempo, tempo! That dude's treated! It's up! We did it! We pushed him back!